Wir sind hier bei Destination Lapland, das Gebäude hinter mir. Hier ist auch der Stützpunkt von Contiki Saga Reisen. Hier arbeitet Hans Blaser. Er ist den ganzen Winter da und betreut Kunden von Contiki Saga. Und ihn gehen wir jetzt besuchen. Herzlich willkommen, ich bin Hans Blaser und ich bin Winter in Lapland. Ich würde mich von Herzen freuen, euch in Lapland zu begrüssen, in diesem wunderbaren Winterparadies. Ekes Lompeleu ist ein absoluter Winterthron. Wenn man ankommt, hat es viel Schnee, die Bäume sind tiefer schneit, es knistert unter den Füssen, man kommt ins Blockhuis rein, dann macht man ein Feuer im Cheminet. Man hat immer das Gefühl, es sei dunkel in Lapland im Dezember. Es ist gar nicht wahr. Und ich sage nicht das allein, es sagen unsere Gäste immer wieder. Es hat sehr viel Schnee, die Bäume sind tiefer schneit, es ist nicht stockdunkel, das ist ein Grischa, das überhaupt nicht stimmt. Das Wetter ist ja ein wichtiges Thema. Ich stehe jeden Tag in Lapland zuerst in der Macherie auf, dann gehe ich mal schauen, wie kalt es ist. Das ist das, was uns alle interessiert. Für alle unsere Gäste, die hier oben sind, wenn sie mal kalt oder zu wenig gute Ausrüstung, kann man hier im Infozentrum Thermoschuhe holen, kann man sie hier mieten oder auch aus. Und auch für alle Safaris geben wir eine ganz fantastische Ausrüstung mit. Also es muss niemand frieren, weil es nachts ist eben noch nordlichter. Dann kann man mit den Husky-Tournausflug machen. Es hat fantastische Läupen, man kann mit den Schneeschuhen auf den Hügel laufen, hat einen wunderbaren Blick über den Siebenfels. Und dann haben wir fantastische Sonnenuntergänge. Und eben die Spannung, ob es nordlicht kommt oder nicht, ist jeder Tag absolut präsent.